Ich möchte Ihnen zeigen, wie man mit vorkomprimiertem Dichtband eine saubere Abdichtung besonders der Ecke macht, weil das eines der neuralgigsten Punkte bei der Fenstermontage ist. Hier sehen wir jetzt das Ergebnis einer sauber geschlossenen Ecke. Wenn Sie weitere Tricks, Kniffe sehen möchten, kommen Sie zu uns ins Seminar. Jetzt ranmelden! Wochenende